Was ist die Möglichkeit, in Drittmittelprojekten und an Max-Planck-Instituten während des Studiums tätig zu werden, in Form von Hiwi-Jobs oder Masterarbeiten, hat mich eigentlich dazu gebracht, mich für das Masterstudium Biogeowissenschaften in Nieder zu entscheiden. Die Idee hinter dem Masterstudiengang ist, dass wir vertiefen wollen die Zusammenhänge zwischen den Biowissenschaften und den Geowissenschaften. Wir haben im Studium praktische Tätigkeiten als Teil der Ausbildung. Eine Möglichkeit, das einzuüben, ist natürlich so ein Geländeseminar wie hier am Lacher See. Nach meinem Bachelor in Biologie bin ich auf die Idee gekommen, den Master Biogeowissenschaften in Jena zu studieren, da hier eben sehr gut der Aspekt der Biologie ergänzt wird durch die Geowissenschaften. Heute hier im Geländeseminar geht es darum, die sonografische Untersuchung des Seebodens zu erstellen. Und dazu wird dieser Roboter, das Sonobot, genutzt. Im Studium interessiere ich mich vor allem für den Bereich des Bodens. Und hier am Lacher See sind die Experimente dafür ausgelegt, den Boden zu untersuchen, vor allem die CO2-Ausgasung und die mikrobiellen Prozesse. Und das ist das, was mich sehr interessiert. Bei diesem Experiment graben wir den Boden auf. Wir legen einen großen Schof an, untersuchen die oberen Schichten und gleichzeitig auch das Bodenwasser und erkennen darin anorganische und mikrobiologische Prozesse, die zur Mobilität beispielsweise des Phosphors beitragen. Am Lacher See haben wir auch die Möglichkeit, mikrobiologisch zu arbeiten. Wir untersuchen zum Beispiel Wasserproben, um auf den Grundwasserfluss zu schließen. Und wir haben auch die Möglichkeit, geophysikalische Methoden kennenzulernen, was wir im Bachelorstudium noch nicht so durchgeführt haben. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel in einer Behörde zu arbeiten, wie dem Landesamt für Umwelt und Geologie oder in ein Ingenieurbüro oder in die Forschung zu gehen. Für mich war es die richtige Entscheidung, den Master in der Nähe zu absolvieren. Auf diese Weise konnte ich ein eigenes Profil entwickeln. Ich kann es nur jedem empfehlen, den Master in Biogeowissenschaften in Jena zu machen, da es ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Modulen gibt, auf die man sich dann spezialisieren kann.